Mhm. Au. Ja. Dann weiter mit Stein. Macht sich besser. Ja, ich komme ja gleich, liebe Kohle. Ich muss nur hier vorne noch ein bisschen... Ja, geht viel schneller. Viel besser. Ja, viel, viel besser. Und ich glaube, ich muss auch gleich mal husten. Das werde ich gleich mal machen und dabei das Mikro ausschalten. Kleinen Moment. So, jetzt sollte es wieder besser gehen. Herrlich. Ja, muss ja auch mal sein. Einfach mal ein bisschen husten. Und die Nachbarn wecken. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Das war jetzt aber so nicht geplant. Da wäre ich doch fast noch reingefallen. Hm. Faszinierend. Müssen wir also auch noch nachbessern. Mit Steinchen. Aber jetzt nicht, denn wir haben ja keine Steine dabei. Also, keine normalen Steine. Nur so Pflastersteine. Und die wollen wir ja nicht. Stimmt's oder hab ich recht? Was für eine dumme Frage. Ich hab ja immer recht. So meine Natur. Ich hab immer recht. Sonst wäre ich irre. So, dann fangen wir hier an. Und dann gehen wir genau, genau, genau. Machen wir das hier noch weg. So. Und dann hier vielleicht eine Kurve. Ja, hier so eine Kurve. Und dann geht's hier lang. Geht das schon wieder los? So. So, 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 so. Oh. Ähm. So. Prüfen. Nichts. Gut. Trotzdem noch zu dunkel. So. Dann können wir ja hier einen Abstieg machen. So. 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 Und so. Und so. 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 Wozu mache ich hier überhaupt einen Abstieg? Ist ja eigentlich auch totaler Quatsch. Ich könnte natürlich dann hier alles schön... Ja, fällt da schon noch was ein. Keine Angst. Das machen wir schon. So. 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 Wir bauen uns da einfach irgendwie einen Gang. Irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wo es uns da hinführen wird. Die Höhe ist okay. Trabdi-dab und Trabli-bups. Schwab, schwab, schwab. Ha, ha. Oh, ja. Schmeinstein. So, jetzt klauen wir uns aber noch die Kohle. Wird später ersetzt, ja. Könnte aber ruhig mal ein bisschen Eisen dabei sein. Hm. Hm, hm, hm. Das ist aber viel Kohle. Aber da kann man ja nie genug haben. Wie ich, glaube ich, schon tausendmal erwähnt habe. So, wirklich viel. Wie soll ich denn das hier alles ausstopfen wieder? Hm. Na gut, dann kloppe ich hier, glaube ich, gleich erst mal Erde rein. Ein bisschen Fusch am Bau muss ja auch mal erlaubt sein. Das ist ja... Das ist ja... Ich habe hier eine Kohleader entdeckt. Das ist ja unfassbar. Jetzt ist auch mal gut, ja, gut. Und dann komme ich hier nicht mehr aus, doch. So, 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 so. Zack, 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 zack. Ja. So. So. Okay. Dann so. So, so, so. Ich bin jetzt etwas irritiert. Ich habe da draußen gerade ein paar bekloppte Rumbrüllen hören. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier jetzt mache. Da kommt Stein, dann kommt da noch ein bisschen hiervon. So, genau. Die komischen Leute haben mich gerade voll irritiert, weil das so laut gerade war. Das habe ich hier durch den Kopfhörer brüllen hören. Das ist ja... Das ist ja nicht normal, diese Leute. Und die wohnen ja hier nicht gerade ganz unten. Und ich wohnen ja schon ein bisschen höher. Hm. Gut. Dann also weiter. Das ist mir hier noch zu dunkel. Wollen ja nicht, dass wir was bauen. So. Da kloppen wir uns noch die Kohle weg. Und das und das und das und das und das und das und auch das. Das war's schon. Okay. Machen wir auch erstmal mit Erde ein bisschen zu. Mit Erde ein bisschen zu. So, 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 so. Gut. Da kommt dann Stein hin. Können wir ja auch bald mal machen gehen. Eigentlich. Wenn wir schon dabei sind. Nicht wahr? Jetzt ist ja draußen wieder hell. Dann können wir das hier nämlich da. Kommt noch ein schöner Abstieg. Ja. Hier machen wir zu. Sieht doch nicht aus. So, bewaffnet mit dem schönen Zahnstocher geht's los. Aufpassen. Dass uns hier keiner um die Ohren fliegt. Hm, hm, hm. Sieht ziemlich ruhig aus alles. Aber doch mal etwas schneller. So, hier ist niemand drin. Gut. Und Tür zu. So. In Sicherheit. Steinchen. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Ja, haben wir 62. Das ist ja ziemlich gut. Ziemlich gut. Während wir uns hier mal Blümchen sammeln gehen, würde ich sagen. Kann man ja immer gebrochen. Und wir haben noch immer kein Eisen. Hm. So, gelbe Blumen gibt's jede Menge. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Ups. Also, die Blumen nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Und dann können wir da hinten anfangen, unsere Felder zu bauen. Ja. Würde ich mal sagen, ist so in Ordnung, oder? Also, da noch ein paar rote Blümchen. So. Ja. Immer ja damit. Gucken. Ach, natürlich. Auch das noch. Ähm. Ich schaue nochmal in der Truhe, ob wir nicht doch irgendwie... Äh, nein, nein. Kein Eisen. Hm. Faszinierend. Könnten natürlich auch mal in diese Höhle dort hinten gehen. Oder allgemein hier mal so am Rand lang gucken. Vielleicht finden wir da ja was. Hier vielleicht war hier irgendwas drin. Ich glaube nicht, ne? Hm. Ich leuchte mal besser aus. Hier ist nix drin. Schade. Schade, schade. Weiter geht's zur nächsten Höhle. Unsere Suche nach dem Eisen geht weiter. Äh, sen, 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 sen. Hier sieht's auch nicht nach Eisen aus. Hm. Da ist Kohle. Kohle haben wir jetzt erstmal. Da ist auch Kohle. Nur Kohle zu finden. Es muss doch auch Eisen geben. Da keine Lust, mich jetzt hier ewig in den Boden zu graben. Hm. Sieht auch hübsch aus hier. Eisen. 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 Hi, de Witzka. Möchte ich jetzt hier wirklich rein? Eigentlich nicht. Ach. Das tut man nicht alles für ein bisschen Eisen. Au. Hm. Ich habe auch noch gar keine Monster gehört. Komisch. Auch als Nacht war er nicht. Hm. Ist das Eisen? Könnte sein. Ich möchte trotzdem erstmal ein bisschen Licht machen. Na. So, da ist noch Kohle. Die interessiert uns erstmal nicht. Wir bauen hier ab. In der Hoffnung, dass das hier Eisen ist. So. Da ist noch was. Mal schauen. Da ist auch noch was. Ja, das sieht doch schon gut aus. Und dann war er hier noch. Bei dem ganzen Kohle. Und so. Hm. Ja, die Musik auch spannend. Herrlich. Das passt. Die Atmosphäre. Ja. Wo baue ich jetzt die ganze Kohle ab? Ich wollte reisen. So. Jetzt kann ich die ganze Kohle abbauen. Denn die brauchen wir ja sowieso immer. Fackeln. Und so. Weißt du? Ach herrje. Hier ist aber auch nichts. Denn ich habe ja noch nichts gehört. Logische Schlussfolgerung ist, dass hier auch keine Monster sind. Eine reicht. Komisch. Äußerst komisch. Ah. Alter. Lauf. Ah. Ja, ich schlag dich mit den Rosen. Aha. Hör mal auf, ey. Hör mal auf. Hör mal auf. Oh. Alter. Sag dich nicht. Hier sind keine Monster. Ei. Alter. Alter. Geh weg. Alter. Wir sterben. Nein. Mann. Hier geht ja gar nichts, ey. Was war das denn? Ach. So schnell kam ich jetzt gar nicht an die Tasten, ey. Mann, Mann, Mann. So eine Scheiße. So, wo war jetzt diese Scheißhöhle? Könnte mir das mal einer sagen? Ach, das regt mich doch auf. Nun renn doch mal, du Ochse. Warum rennst du nicht? Ah. Blöde Skelett. Wichser. Na, warte, mein Freund. War das hier unten? Ja, das war hier unten. So, mein Freund, ich komme. War das hier unten? Vielen Dank.